Hallo, schön, dass ihr reinschaut. Wir stellen euch heute die Familie der Streichinstrumente vor. Da haben wir zum einen die Geige, auch Violine genannt, die Bratsche oder auch Viola genannt, das Violoncello oder kurz das Cello und den Kontrabass. Wie ihr gesehen habt, sind alle Instrumente unterschiedlich groß und das hat einen besonderen Grund. Hört mal her. Damit ihr früh beginnen könnt, die Instrumente zu spielen, gibt es die nicht nur in so groß, sondern für euch auch in so klein. Um Lieder spielen zu können, brauchen wir auch die linke Hand. Das klingt so. Wie ihr gerade gehört habt, kann man sehr gut alleine mit der Streichinstrumente ausführen. Man kann aber auch ganz, ganz viel Spaß haben, wenn man gemeinsam in einem Orchester spielt oder eben in einem Ensemble. Bei uns an der Musikschule in Bad Nauheim gibt es Gelegenheit, ganz viel zusammenzuspielen in Orchestern und auch in Ensembles. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ein Streichinstrument auszuprobieren, dann besucht uns einfach in der Musikschule Bad Nauheim zu einer Schnupperstunde. Tschüss und bis bald. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020